Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Luminar 4 Tutorial möchte ich dir nun noch ein Anwendungsbeispiel zeigen, wie man mit einer Luminanzmaske arbeiten kann. Das Video ist recht kurzfristig entstanden, denn im letzten Video kamen einige Kommentare und ich habe auch zwei, drei E-Mails bekommen mit dem Wunsch, ob ich denn nicht mal zeigen könnte, wie die Rauschreduzierung auf eine Luminanzmaske anzuwenden ist. Und ich habe mir gedacht, klar, wenn ihr euch das wünscht, dann werde ich dazu ein Video machen. Und hier sind wir jetzt und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Zu diesem Bild, ich habe schon mal ein klein bisschen Vorarbeit geleistet. Das ist das Originalbild und das habe ich durch die Bearbeitung hier mit diesem Bild gemacht. Ich habe jetzt ein sattes, kräftiges, dunkles Blau und dazu die leuchtenden Stellen von dieser Qualle. Der kleine Nebeneffekt ist natürlich, es hat sich hier Rauschen ins Bild geschlichen. Das Weiße, was du hier siehst, ist übrigens nicht Rauschen. Das sind auch keine Sterne, sondern das sind Sauerstoffperlen. Denn diese Qualle war in einem Aquarium und damit die Quallen im Aquarium überleben, brauchen sie Strömung und zusätzlich Sauerstoff. Wenn ich das Ganze jetzt hier einmal auf 200% vergrößere, dann siehst du hier deutlich, was ich meine, was ich hier an Rauschen drin habe. Die herkömmliche Methode wäre normalerweise jetzt hier auf Bildrauschen entfernen gehen und ich demonstriere euch das Ganze jetzt einfach mal extrem. Ich ziehe das Luminanzrauschen mal auf 100% und dann wirst du gleich sehen, dann fängt er an zu arbeiten und dann siehst du, wenn ich jetzt hier einmal den Filter ausmache und wieder einschalte, dass sich hier deutlich was getan hat. Der Nebeneffekt davon ist, dass das Bild unscharf wirkt und das möchte ich natürlich weitestgehend beziehungsweise komplett vermeiden. Ich kann jetzt auch noch hergehen, um das Rauschen noch weiter runterzuziehen und ziehe den Regler Verstärken hier auch noch auf das Maximum von 100%. Viel Auswirkung hat das jetzt nicht, deshalb können wir das Ganze hier auch einmal wieder zurückstellen. Ich wollte dir das einfach nur demonstrieren, dass du mit diesem Verstärken halt nochmal ein bisschen mehr Rauschen rausbekommen kannst. Was kann ich jetzt machen, damit das nicht alles hier auch auf meine Qualle angewendet wird? Genau, ich kann das Ganze mit der Luminanzmaske machen. Dafür werde ich jetzt hier einmal die ganzen Einstellungen zurücksetzen und werde dir das heute über die Filterfunktion hier einmal zeigen. Auch hier haben wir einmal die Möglichkeit Maske bearbeiten und dann werde ich jetzt hier sagen, er soll mir eine Luminanzmaske erstellen. Manchmal hapert es da so ein bisschen, dann muss ich das nochmal klicken. Jetzt macht er das und du siehst hier oben, Luminanzmaske wird erstellt. Als nächstes werden wir jetzt wieder in die 200% Vergrößerung gehen, einfach deswegen, damit man das Rauschen entfernen jetzt hier auch besser sehen kann. Die Maske haben wir aufgezogen, das erkennen wir daran, dass sie hier klein eingeblendet wird. Was ich jetzt natürlich hier machen möchte, ich möchte natürlich nicht, dass die hellen Stellen überwiegend rauschreduziert werden, sondern ich möchte, dass das dunkle Rausch reduziert wird. Und das kann ich machen, indem ich hier rechte Maustaste sage und dann möchte ich hier auf Invertieren klicken und dann wird sich die Maske umkehren. Achte einfach mal darauf, jetzt haben wir hier sehr viele dunkle grauen Stellen und wenn ich jetzt hier auf Invertieren klicke, wirst du sehen, haben wir jetzt hier ganz viele helle Stellen. Ja und das bedeutet, jetzt wird das Dunkle hier überwiegend mit der Rauschreduzierung angewendet. Das haben wir durch die Luminanzmaske jetzt erstellt. Anzeigen lassen können wir uns das Ganze, indem wir einmal auf den Pinsel klicken und dann hier die Maske mal aktivieren. Jetzt werde ich nochmal rausgehen, auf Bildschirm anpassen und jetzt wirst du gleich sehen, haben wir hier einen großen roten Anteil und du siehst, hier ist die Maske fast komplett ausgespart. Das Weiß ist hier schön zu sehen und das ist der Teil, wo jetzt die Maske eben nicht angewendet wird. Gut, ich blende das Ganze wieder aus und werde jetzt hier einmal auf Fertig klicken und dann werden wir hier wieder auf 200% ranzoomen, damit wir auch sehen, was wir jetzt hier eigentlich machen. Du siehst, die Maske ist immer noch aktiv und jetzt werde ich das Luminanzrauschen hier wieder auf 100 hochsetzen und jetzt wirst du gleich sehen, wird er auch hier wieder rausrechnen, aber ich gehe mal ein Stückchen nach hier unten. Hier hat er das jetzt weniger bis gar nicht rausgerechnet. Das kann ich dir auch zeigen, indem ich die Maske hier einfach mal ausblende. Das ist sie aus und jetzt ist sie wieder an und du siehst, hier hat er das Rauschen rausgerechnet. Hier in den hellen Stellen hat er das aber weniger rausgerechnet. Wenn ich jetzt die Qualle noch ein bisschen nachschärfen möchte, kann ich das auch machen, indem ich hier wieder auf Details gehe, sage mir jetzt hier, ich möchte nochmal eine Luminanzmaske hier aufbauen und irgendwie braucht er heute jedes Mal zwei Klicks, damit er eine Luminanzmaske hier erstellt und sobald er das jetzt abgeschlossen hat, werde ich wieder in die Vergrößerung gehen. Diesmal reicht auch 100%, um dir dann zu zeigen, wie er das Ganze dann nachschärft und das Ganze ebenfalls über die Luminanzmaske. So, fertig ist er. Wir gehen jetzt mal in die 100% Ansicht und werden das Ganze hier nochmal so ein bisschen positionieren. Hier siehst du wieder, er hat die Luminanzmaske erstellt und diesmal werden wir sie nicht invertieren, denn wir wollen ja jetzt hier diese hellen Stellen noch ein bisschen nachschärfen und dafür werde ich jetzt hier einmal das Ganze übertreiben. Du siehst, jetzt hat er das nachgeschärft. Wenn ich den Filter ausmache, sieht man hier doch einen deutlichen Unterschied. Jetzt ist er aus, also es ist nicht nachgeschärft. Jetzt schalte ich ihn wieder an und man sieht deutlich, dass das hier alles schärfer ist. Natürlich würde ich das Ganze nicht auf 100 hier lassen, ich würde das Ganze hier wirklich etwas reduzieren, eine Schärfe von 40, vielleicht ein bisschen die kleinen Details noch anpassen und ganz minimal die mittleren und großen Details, da brauchen wir nicht viel. Ich würde das Ganze nochmal ausschalten und man sieht doch schon einen sehr, sehr guten Unterschied im Vergleich zu vorher. Wenn du dir die Maske jetzt wieder einblenden lassen möchtest, gehst du einfach hier auf Maske bearbeiten, Pinsel und dann sagst du hier oben einmal Maskieren anzeigen und jetzt wirst du gleich sehen, dass wir hier sehr viel Rotanteil haben und hier nebenan in den dunklen Bereichen minimalt, aber eben deutlich weniger als hier und alles, was jetzt hier rot eingezeichnet ist, das ist auch das, was jetzt hier nachgeschärft worden ist, kann ich das Ganze hier bestätigen und du siehst, die Luminanzmaske hat ihre Daseinsberechtigung, sei es, indem du Rauschreduzierung auf dein Bild anwenden möchtest oder bestimmte hellere Bereiche hier nachschärfen möchtest. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Anwendungsbeispiele für die Luminanzmaske. Dies hier waren zwei davon. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, du konntest wieder einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Informationen für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest ebenfalls mit Luminar 4 arbeiten, dann schau doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr dafür bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf diese Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig unterstützen. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao.